Arbeiten Sie als Ausbilder oder Pädagoge? Dann wollen Sie, dass Ihre Präsentations- und Schulungsvideos sich von anderen abheben. Die Verwendung von hochmodernem Anschauungsmaterial wird Ihre inhaltliche Kompetenz noch verstärken und Ihre Zuhörer besser einbinden. Savry verwendet 3D-Modelle als innovatives Medium in der Weiterbildung. Damit können Sie komplexe Maschinen, Verfahrenstechniken und Anwendungen in jeder Perspektive darstellen. Mithilfe eines Standard-Webbrowsers haben Sie Zugriff auf hunderte von 3D-Modellen. Sie sind alle komplett interaktiv und mit einem Mix aus Animationen, Querschnittansichten und detaillierten Subfunktionen ausgestattet. Unsere 3D-Inhalte erstrecken sich über viele verschiedene Branchen, wie zum Beispiel Energieerzeugung, Rapselförderung, Werkbau oder Fahrzeugtechnik. Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf die 3D-Modelle, auf Ihrem persönlichen Computer, einem Beamer oder Mobilgerät. Zusätzlich ist Savry auch in virtueller Realität verfügbar. All dies erhalten Sie zum günstigen Pauschalpreis von nur 9,99 Euro pro Monat. Wir von Savry streben danach, dass Lernen zum Spaß wird, mithilfe unserer hochmoderner Verfahren. Besuchen Sie uns auf savry.com für weitere Informationen.